Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Hatschi Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es neuen SPC Content und wir haben heute die Sebastian Alea SPC draußen als Momentskarte. Richtige Ehrenaktion von EA, er bekommt ja hier eine Momentskarte in Bezug auf seine Emozahlerrückkehr nach seiner Krebserkrankung aufs Spielfeld. Außerdem gehen wir gestern natürlich in die 84-5er Upgrade-Packs rein, davon gehen wir gleich natürlich in das ein oder andere Pack und hoffen weitere Future Stars zu ziehen. Es gibt neue Swaps-Token und auch neue Sachen im Shop, alles gemeinsam schaut uns heute hier wieder komprimiert in diesem Video an. Bevor wir aber rein starten, kurze Erinnerung an euch, lasst sehr, sehr gerne die Bedarf für meine techische Arbeit hier auf dem Channel. Ihr könnt das Ganze unterstützen, nehmt noch kurz eine Sekunde Zeit, einen Daumen nach oben da, das sind wir extrem nice. Ich würde sagen, heutiges Like zählt, die 444 Likes wieder voll zu machen, so schnell wie möglich. Dankeschön für eure Eskalation, danke für euren Support und falls ihr neu sein solltet und täglich hier kein Content mehr verpassen wollt, lasst auch gerne kostenlos ein Abo da. Ja und sonst natürlich gerne eure Meinung zum heutigen Content rein, runter, in die Kommentare mal schreiben. Und ich muss ehrlich sagen, Freunde, ich sag's direkt vorweg, das ist wirklich eine SPC, die muss man machen. Wieso das so ist, da gehen wir jetzt direkt und zwar straight einmal rein. Also, ich denke, ich brauche da gar nichts mehr großartig zu sagen, warum er hier seine Moments-Karte bekommt. Sebastian Alea und er bekommt erstmal von 3 Sternen, 3 Sternen als Upgrade auf 3 Sterne, 5 Sterne. 5 Sterne, auch schwacher Fuß, was schon mal für einen Stürmer extrem nice ist. Hoch-Mittel-Arbeitsraten, perfekt, 91 Körpergröße haben wir da am Start. Ja, über Links brauchen wir nicht reden, Bundesliga, Elfmann-Küstone, natürlich die Borussia Dortmund-Link am Start, er kann Stürmer, Mittelstürmer spielen, auch das dürfte keinen verwundern. Ja, und dann haben wir die Stats am Start, Freunde, ihr seht's direkt unter mir. Und zwar haben wir hier die 99er Physis am Start. Sprungkraft auf 99, Ausdauer auf 99, die Stärke bei 99 und die Aggressivität auf 99. Außerdem sehen wir 92er Kopfballpräzision und was ganz, ganz wichtig ist, 99er Ruhe. Als ich das eben gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, ich sehe nicht richtig. Aber dann habe ich überlegt und denke mir, das ist symbolisch gedacht von EA. Und zwar erst zum einen natürlich, so verstehe ich das Ganze jetzt, lasst mich ja mal eure Meinung wissen, 99er Ruhe-Stat geben sie ihm, weil er eben, ja, ihm bringt nichts aus der Ruhe sozusagen, ja. Er behält die Ruhe und schafft es sogar eben, die Krebserkrankung links liegen zu lassen und, ja, dagegen anzukämpfen. Ähm, ihm bringt also nichts aus der Ruhe. So übersetze ich das jetzt einfach mal, die 99er Ruhe. Und auf der anderen Seite haben wir die Physis, ja, dass er eben jetzt körperlich 99 wieder völlig fit am Start ist und eben 99 Ausdauer, also auch eine Ausdauer hat in Bezug auf die Krebserkrankung, es bis zum Ende geschafft hat und eben, ja, stärker auf 99. Das ist für mich jetzt eine symbolische Geschichte, eben, ja, den Kampf angenommen gegen die Krebserkrankung. Und insofern ist das symbolisch für mich, zum einen die 99er Physis, als auch die 99er Ruhe. Außerdem haben wir, finde ich, auf jeden Fall sehr, sehr nice, 95er Stellungsspiel, 91er Abschluss, 93er Schusskraft, Volleyes auf 91er und 89er Elfmeter. Freunde, diese Karte schreit einfach nach uns, wir wollen sie haben. Äh, als Eigenschaften bringt der Powerkopfball mit und jetzt schnallt euch an. Er bringt zwei Segmente mit, ist eine Woche da, zum einen 82er Grading Squad und 84er. Das ist alles. Eine 84er und 82er. Und ihr seht richtig, kein Team-Auf-Due, keine Special-Karte, die wir abgeben müssen. Also da muss ich wirklich sagen, 10 von 10 an EA, Big Win und wirklich meiner Meinung nach auf Ehre die beste SPC. Ihr bekommt noch zwei kleine Packs zurück, aber das ist für mich einfach ein Big Win. Also wirklich EA, wirklich muss man einfach sagen, Ehrenaktion von EA, 3 Sterne, 5 Sterne und dann einfach diese 99 Physis zum einen und 99er Ruhe. Das ist symbolisch, das ist einfach mehr als nice und wirklich ein Big Win von EA. Wir gucken uns den gleich natürlich noch im Detail bei Footbin an, aber was wir jetzt auf jeden Fall schon mal sagen können, Daumen nach oben, auf jeden Fall für EA. Und ja, einfach Ehrenaktion, wirklich absolute Ehrenaktion, Ehrenmänner da bei EA, Top-Sache. Und da gibt es nichts hinzuzufügen, da kann ich absolut nichts, wirklich gar nichts, einfach schlecht reden. Top-Sache, sehr, sehr nice von EA. Ja, und die zweite, wenn wir denn so wollen, eigentlich heute nur der einzige SPC mit Allaire, aber die zweite Refreshable SPC von gestern ist wieder die 85, 84 mal 5er, so rum. Die 84 mal 5er SPC. Ja, und da gehen wir, wie gestern angekündigt, die Brandkarte einmal ab. Und da gehen wir auch ein bisschen nochmal gleich auf Allaire ein, denn es kommt ein Brand-POTM raus. Da hätten wir dann theoretisch direkt die linkbare Möglichkeit, aber dazu gleich mehr. Brand, in diesem Fall haben wir gestern gezogen, geben wir ab. Dann haben wir noch 86er Brozovic als zweiten 85 oder höher gerateten. Dann ein paar 84er, in dem Fall drei Stück, 83er, 82er, 81er, die wir in Dortmund noch abgeben. Und das ist das, was wir jetzt hier abgeben für das zweite 84 mal 5er Pack. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir jetzt hier am Start haben. Vorweg möchte ich euch aber eins zeigen, und zwar in den Zielen haben wir auch was Neues am Start. Denn es hat sich refresht heute die Erstbesitzer Fiesta-Aufgabe. Da gibt es wieder bei einem Sieg direkt einen Draft-Token, das ist Dween. Dann drei Siege, sieben Siege und sieben Spiele. Und dann bekommt ihr auch noch on top zum einen das 10 82 Plus Pack und Wood als Future Stars Tausch-Token. Also hier zwei neue Future Stars Tausch-Token versteckt in Erstbesitzer Fiesta, falls ihr da noch das ein oder andere braucht. Ja, und im Shop, ja, ich habe es euch gesagt, da gibt es auch was Neues. Und das haben wir bei den Promopacks. Ich kann es nicht glauben, ihr seht es hier hinten durch, wenn ihr durchscrollt. 84 Plus Elite Pack. Das Ding ist, ich kann es nicht aussprechen. Es kostet 300.000 Münzen für 10 84, also das ist quasi ein 10 84 Plus Pack. Für 300.000 Münzen, für 1.100 FIFA Points. Und das Ding ist, es gibt sogar zwei Packs von denen. Drei Tage ist das da. Was sich EA dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Ich denke, sie haben sich gar nichts dabei gedacht. Ich finde es auf jeden Fall eine absolute Frechheit. Alle Items, wohlgemerkt nochmal, sind komplett untradable. Das heißt, effektive Coins bekommt er definitiv nicht zurück. Lass bitte die Finger davon weg, von diesem Pack. Absolutes Scampack. Und das wollte ich auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle sagen. Lass die Finger weg von diesen ekelhaften Scampacks. Vor allen Dingen mit 300 K-Pack, was da jetzt noch am Start ist. Absolut bodenlos. In diesem Sinne würde ich sagen, 84 mal 5er. Komm, lass was Gutes drin sein. Es ist ein Team of the Week, wollte ich schon sagen. Nein, es ist ein Walkout. 87er Walkout. Fabinho. Ja. Okay, komm, lass noch einen, der 86 oder höher ist. In diesem Fall ist es exakt so. Brozovic, den wir abgegeben haben, bekommen wir wieder. Und wir bekommen unsere drei 84er, die wir abgegeben haben, wieder. Und für die 83er und 82er und 81er bekommen wir ein Fabinho. 87er Fabinho, den wir noch nicht haben. Ja, preisleistungsmäßig nehmen wir das mal mit. Haben wir auf jeden Fall. Was ist der Preis aktuell der SPC? Wir gucken mal gerade direkt nach. Da sind wir bei... Ah, immer noch 55k. Ja, also nehmen wir mit, Freunde, die Maria und Matip kommen erstmal auf die Transferliste. Und mal schauen, ob wir es dann morgen noch einmal machen. So, als nächstes würde ich sagen, gehen wir rein und zwar zu Footbin. Und da schauen wir uns jetzt diese Alertkarte an. Denn ihr seht es hier nochmal im SPC-Überblick. Das ist tatsächlich die einzige SPC, die heute neu am Start ist. Roundabout 80k kommt da jetzt direkt rein. Ich bin mir sicher, dass ihr den auf jeden Fall günstiger machen könnt. Zum einen, 82er habt ihr safe bei euch im Verein. Zum einen habt ihr das. Zum anderen haben wir aktuell auch Upgrades draußen. Nochmal da die Erinnerung. Gestern sind auch 80 plus Playerpicks gekommen. Generell sind Upgrades am Start. Wir haben die Future Stars Academy Upgrade-Geschichte mit dem 82 plus Playerpick. Also, Freunde, ihr könnt da auf jeden Fall einiges grinden und craften. Und in diesem Fall auch einen Sebastian Aller. So, drei Sterne, fünf Sterne. Zum einen schon mal mega, mega nice. Aber auch das Upgrade. Ihr wisst Bescheid, vorher natürlich 75 Pace, jetzt 84. Das ist überhaupt gar kein Vergleich. Antritt auf 80, 87er Sprintgeschwindigkeit. Da müssen wir gar nicht drüber reden, über die Geschichte. Dass das natürlich ein massiver Boost ist. Dann haben wir plus 8 auf den Schuss. Da fällt auf, dass wir 10 Schusspower drauf haben. 17 auf Passen einmal drauf. 29 Crossing. Was ist da bitte los? 25 langer Pass. Dann haben wir Dribbling. Ich habe es angedeutet. 17 auf Composure, 17 auf Ruhe. Wir haben 28 auf Balance, 15 auf Agility und dann halt eben unfassbare 99 auf Physis. Alle Stats von oben nach unten. Also, Freunde. Also, ich weiß nicht, welches Wort dieser SPC beschreibt. Aber es ist einfach crazy. Es ist wirklich, wo ist der Hunter-Friend? Ich finde ihn schon nicht. Da ist er am Start. Also, Freunde. Was soll man denn zu dieser SPC noch sagen? 5 Sterne schwacher Fuß. Ich weiß es nicht. Tut ein Hunter drauf, so wie ich jetzt hier in diesem Fall. Was willst du mehr? Ja, 1,90 Körpergröße. Richtiger Stürmer, der ein Wandspieler ist. Also, er gefällt mir. Und das Gute ist, es kommt jetzt in den nächsten Tagen noch on top, diese wunderbare Brand SPC. Hoffentlich wunderbare SPC. Werden wir mal abwarten, ob sie denn auch so top ist. Aber Brand eben wäre direkt eine Möglichkeit, ihn zu linken. Der Dortmund liegt da am Start. Also, Brand und eben dann unter anderem, das sind jetzt die Expected Stats, ein Sebastian Allaire bei euch in eurem Squad. Finde ich sehr, sehr nice. Dortmund-mäßig können wir gerade auch nochmal rumschauen. Haben wir natürlich unter anderem in Bellingham. Ademi jetzt frisch aus der Future Stars Promo bekommen. Wir haben einen Reus, der auch extrem nice ist. Brand haben wir schon in den 87er. Das wäre also dann nochmal ein Upgrade. Wir haben Süle. Wir haben Guerreiro. Also, da können wir jetzt echt von hinten. Halten Menü haben wir auch noch. Da können wir jetzt von hinten nach vorne einen kompletten Dortmund-Squad. auf jeden Fall machen. Was allein schon aus dieser Geschichte sehr, sehr nice ist. Und ja, ich kann mich da gerne nochmal wiederholen. Also, diese SPC ist einfach unfassbar und einfach eine 10 von 10. Muss man sagen, wie ist es, Freunde? In diesem Fall soll es das Gewinn sein für den heutigen Content, für den heutigen Dienstag. Ich wünsche euch einen spannenden Champions League Abend. Und ja, wir sind gespannt, was dann morgen kommt am Team of the Week & Co. Schaltet da auch gerne wieder ein. Falls ihr jetzt noch mehr sehen wollt, geht gerne hier runter. Einmal rein in das Video. Und in diesem Fall sage ich euch entspannen ab. Und wir sehen uns morgen. Also, Dankeschön für euren Support. Und bis morgen. Ciao, Leute.